Grüezi miteinander. Sie befinden sich im Ausstellungsraum der Ateliergemeinschaft von Sandra Totsi und Philipp Fischer. Ich habe mich spezialisiert auf die Restauration hochwertiger Antiquitäten. Ich hingegen bin für die textile Raum- und Farbgestaltung zuständig. Wir restaurieren, vergolden, beziehen Polstermöbel, nähen Vorhänge, Kissen und Hussen. Da wir alle Arbeiten selber ausführen, können wir auch auf spezielle Wünsche direkt eingehen. Nach einer Lehre als Möbel- und Modellbauer habe ich an verschiedenen Orten die Kunst der Restauration gelernt. Zuletzt war ich noch in Florenz, um mein Fachwissen auf allerhöchstem Niveau zu verfeinern. Die Hauptgestaltungsmittel meines Aufgabenbereichs sind Stoffe und Farben. Als Farbgestalterin wähle ich Farbkombinationen, die nicht modernen Gestaltungsformeln unterliegen, sondern suche nach persönlichen Lösungen. Als Innendekorationsnäherin kann ich die vorgeschlagenen Textilenarbeiten alle selbst herstellen, wobei ich oftmals die Stoffe nicht im Urzustand belasse, sondern eigene Kombinationen und Muster kreiere, indem ich beispielsweise den Stoff vorher auseinanderschneide und neu zusammenfüge. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns kontaktieren, damit wir auf eine unverbindliche Offerte bei Ihnen vorbeikommen können. Und dann habe ich mich über die Grundgespräch vorbeikommen können. Bis zum nächsten Mal. ез bill 희 5 5 5 5